Ja, da kommt er nochmal, der Sohn fährt wieder. Ne, er zieht ihn da gleich hin. Wie das laufen soll, weiß ich auch noch nicht. Also, ich hätte jetzt nicht mit zwei Treckern gerechnet. Wir haben eigentlich nur immer einen vor unserem Bremswagen. So, Albert Bursma, er wird hingezogen. Vielleicht muss man den auch erst mit dem Anschweißen jetzt. Doppelt hält besser. Ja. Herr Lüft, er hebt den grünen Daumen, Schubi. Herr Lüft. Gut. Kann es sein, dass er da vorne den Meer noch an der Seite hat, Didi? Der Trecker, der jetzt gerade gezogen hat. Ja. Das kenne ich noch von früher, diese kleinen Seitenmeer. Genau. Und noch den Schlosskanten mit Umweih. Ja, und bitte auch noch Happy Go-Fall. Oh, super, Schubi. So, Albert Bursma, sein MF Massé für Geson 35, aus dem Baujahr 1958. Er hat seine ganze Straße zu Hause rausgenommen und den Betonplan vorne reingehängt. Er hat jetzt keine Straße mehr. So, Albert Bursma am Start. Red Channels aus Edewecht sagen grünes Licht. Dann schauen wir mal, was der Albert da hinkriegt. Ich habe noch nicht viel Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt den Bremswagen mitgenommen. Oder? So, Albert, was ist los jetzt? Also, der Sound ist gut, Albert. Wow. Wow. Alles klar, also ihr habt das mitbekommen. Marker Eigenbau, Red Channels Edewecht sagt, darf nicht starten, ist nicht abgenommen. Tja, da können wir nichts machen, Albert. Geh noch mal Sound, fahr noch einmal hoch und zurück, dann haben wir dich wenigstens gesehen. Schön, Albert, weiterfahren jetzt, ne? Schön die Öhr, Ohrstöpsel aufsetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klackmäßig, Abbruch und Oberklack, oder? Wow. Boah. Boah. Da suchen sie die Ohren, Jibbi. Meiß auch. Haben wir jetzt, machen wir noch mal einen Durchgang rein. Der kann in der offenen Tasse mitmachen, genau. Genau. Oioioioioio! Ja, das waren die Gewichte. Seine Straße hat er jetzt verloren. Sommeln! Ja! So, und genau das ist es. Wir haben ja nicht mitfahren durft in dieser Klasse. Wenn sowas passiert, ist das natürlich schlecht für uns. Boah! Nein! Ist okay! Ich bin in Herzknapp, was man war hier! Vielen Dank.